Liebe Freunde, das Evangelium Johannes 6, 27-29 sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. In diesem Evangelium auffordert Jesus uns, nicht nach der Speise zu arbeiten, die vergänglich ist, sondern nach der Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Was meint er damit? Was ist diese Speise, die uns Gott durch seinen Sohn gibt? Jesus erklärt es uns selbst, er sagt, das ist die Speise, die der Menschensohn euch geben wird, denn ihn hat Gott, der Vater, beglaubigt. Und weiter, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Jesus ist also die Speise, die uns zum ewigen Leben führt. Er ist das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Er ist derjenige, der uns mit Gott verbindet und uns seine Liebe schenkt. Er ist derjenige, der für uns gestorben und auferstanden ist, um uns von der Sünde und dem Tod zu erlösen. Er ist derjenige, der uns seinen Geist sendet, um uns zu heiligen und zu erneuern. Wie können wir diese Speise empfangen? Wie können wir an Jesus glauben und ihm folgen? Jesus sagt es uns auch, das Werk Gottes ist das, an den zu glauben, den er gesandt hat. Das heißt, wir müssen unser Herz für ihn öffnen und ihm vertrauen. Wir müssen sein Wort hören und befolgen. Und auch seine Gebote halten und seine Liebe weitergeben. Wir müssen sein Leib sein in dieser Welt und Zeugen seiner Auferstehung. Liebe Freunde, bitten wir Gott heute um die Gnade, diese Speise zu suchen und zu finden. Bitten wir ihn um ein lebendiges Glauben an seinen Sohn Jesus Christus und um ein hungerndes Herz nach seiner Liebe. Und auch um ein dankbares Leben in seiner Gemeinschaft. Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens, das uns nährt und stärkt. Wir danken dir für deine Liebe und Treue, die du uns immer wieder zeigst. Wir bitten dich, hilf uns, dir zu vertrauen und dir nachzufolgen. Lass uns nicht nach vergänglichen Dingen streben, sondern nach deinem Willen fragen und tun. Schenke uns deinen Heiligen Geist, der uns leitet und tröstet. Amen